Ah, er kommt hinterher! Er will dich töten. Ich ziehe gerade mal ein HP von ihm ab mit meinem Zahnstocher. Mensch, das ist alles meins. Nein, Gollum, nicht für dich. Komm raus, das hell ist hier ordentlich. Ach, Mann! Toll, jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Wir sind ja gar nicht, wir können jetzt entgegen, unten in der... ...direkt noch. Mit dem unterirdischen, ne, in der unterirdischen Wüste. Geht jetzt auch wieder ganz schön weiter. Entweder verbreitet sie sich, oder? Ich bilde mir das nur ein. Geht das hier nur ein? So wie immer? Ich glaube, dass jetzt sowas kommt. Links schlafen wir ihn weg. Benner, du hast keine Chance. Hast du sie gesehen? Nein, hab ich nicht, Gott sei Dank. Ach, Mann, hau doch mal ab. Schlecht. Was hast du überhaupt mit dem ganzen Shopper gemacht? Nichts. Nichts. Ach, hast du alle geklaut? Wie viel geklaut? Was hab ich hergestellt? Wo bleibt der Guide, ganz ehrlich? Wo ist der? Schief oder tot? Nein, er wollte da stehen. Renne! Oh Mann! Oh Mann! Geh weg! Hm. Ach so lohne. Ah, hier ist er. Und einer. Na ja... Wann raus? Mensch... Marty the Guide! Ich baue dann schon mal den zweiten Stock drauf. Wie macht er das? Ich braue den 50slüber. Damit der Händler kommt. Ach, natürlich reicht der Stein. Nichts. Ich hab noch möchten. Ja, renn runter. Ich will es ja nur gerade hier rausholen. Willkommen. Wache. Wiese. Wiese. Popeisen. Wiese, Popeisen. Ja. Wiese, ja. Ja. Wiese. Nein. Kann es abhauen. Nein. Wiese. Ich will endlich ins Wunderland. Wiese. 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 Und jetzt können. Vor. Iiiiie. Die Eingeweihte sind bis direkt zu mir geflogen. Das arme Kaninchen. Das waren sogar zwei. Stirb. plop